Und was haben Sie gesagt? Was haben Sie gesagt? BWL. Genau, BWL. Die Tante? Ich kenn die doch nicht. Das ist die. Das ist die Nottie. Ich kenn sie nicht. Zeig mal. Ich weiß es bloß eben vom Namen. Das ist die Nottie. Das ist die Nottie. Die ist auf dem... Ich weiß nicht, da werden sie dick geworden. Ich habe keine Probleme. An bestimmten Stellen oder so, oder? Die ist dürr. Eine große dürre. Groß Roland. Hast du eigentlich drauf gewartet? Ja, ja. Schau mal hier. Sie essen nicht viel. Zeig mal, was ist das?